Hey und hallo zusammen! Schön, dass du wieder zu einem weiteren Luminar Neo Tutorial einschaltest. Mein Name ist Björn und ich möchte heute nochmal einen etwas tieferen Blick auf die neue Erweiterung HDR Merge werfen. Dabei soll der Fokus darauf liegen, wie es aussieht, wenn ich ein einzelnes Bild in das neue Tool lade oder aber auch, wenn ich eine größere Anzahl von Bildern in dieses neue Tool hineinlade. Ich hoffe, das Video ist wieder interessant gestaltet und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Eine weitere Vorstellung der neuen Erweiterung HDR Merge spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Ich denke, das habe ich mit den beiden Videos zum Update 1.2 und zum Ersteindruck für HDR Merge in Deutlichkeit getan. Falls noch Fragen dazu sind, einfach unten in die Kommentare schreiben oder eben diese beiden Videos aus der Infobox ziehen und nochmal anschauen. Ich habe mir jetzt an dieser Stelle drei Bilder rausgesucht, die alle mit einer Blendenstufe überbelichtet sind. Ich möchte einfach mal herausfinden, was macht HDR Merge mit einem Bild, wo in den helleren Bereichen die Informationen vielleicht nicht mehr so deutlich da sind. Natürlich haben wir an dieser Stelle drei RAW Files hier. Das sehen wir hier oben. Das ist Sony ARW. Und die kann ich jetzt natürlich ganz normal einmal anklicken und dann per Drag & Drop hier drüben in das HDR Merge Tool einfügen. Dann sieht das genauso aus, als wenn wir mehrere Bilder hier reingeladen haben. Wir bekommen hier unten die Anzeige, dass wir hier eine Belichtungskorrektur von Plus 1 haben. Wir können hier oben in die erweiterten Einstellungen oder das Zahnrad aktivieren. Da werden wir allerdings nichts finden. Da wir nur ein einzelnes Bild haben, muss hier nichts automatisch ausgerichtet werden oder Geisterbilder korrigiert werden. Deshalb kann ich das auch wieder zumachen und kann jetzt schon zum Button Zusammenfügen kommen. Und da klicken wir jetzt einmal drauf und warten den kurzen Moment ab, bis er das Bild dann berechnet hat. Bis die künstliche Intelligenz, die hier im Hintergrund von HDR Merge arbeitet, ein Bild generiert, was hoffentlich einen sehr, sehr schönen Ausdruck mit sich bringt. Warten wir kurz ab. Es dauert einen kleinen Moment, bis das jetzt hier alles berechnet ist. Das geben wir, da ist es schon und ihr seht, hier sind eine ganze Menge Bilder drin. Das ist jetzt allerdings das Bild, was HDR Merge berechnet hat. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Es sieht erst einmal sehr, sehr farbintensiv aus. Und scharf sieht es auch aus. Also hier ist eine ganze Menge passiert. Wir haben hier eine Kontrastverstärkung bekommen. Wir haben hier Struktur reingekriegt. Wir haben natürlich auch eine Sättigung bekommen. Und ja, ich muss sagen, an sich sieht das Ganze ziemlich gut aus. Wenn wir uns mal mal gucken, ob es geht. Nein, das vorher, nachher kann ich mir hier nicht anzeigen lassen. Schade eigentlich. Dann machen wir das eben über den entsprechenden Ordner. Gucken wir noch mal. Ach, jetzt muss ich das raussuchen. Da ist das Bild. Das ist das Ausgangsbild. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt hier anschaue, was er daraus gemacht hat, sieht das doch eigentlich ziemlich cool aus. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen anzupassen. Wir können in die Presets wechseln, also ganz normal weiterarbeiten oder aber auch direkt nach Bearbeiten gehen. Und hier sieht man jetzt ziemlich gut, hier ist wirklich noch nichts an dem Bild gemacht worden. Das ist einfach nur das, was HDR Merge mit einem einzelnen Bild macht. Das können wir natürlich jetzt noch so ein bisschen anpassen. Ich würde jetzt hier ins Entwickeln-Tool gehen. Ich würde die Schatten noch ein bisschen aufhellen. Lichter vielleicht ein bisschen herabsetzen. Kontrast würde ich jetzt hier gar nicht so stark dazugeben. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt von der Belichtung her anpassen. Wir sind ziemlich hell. Schwarz-Weiß-Töne würde ich auch jetzt nicht unbedingt hier großartig was anfassen wollen. Kurven auch nicht. Bei der Farbe, da könnten wir uns überlegen, ob wir sagen, wir geben ein bisschen, wir nehmen die Dynamik, nicht die Sättigung. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht mit ein bisschen Reduzierung der Dynamik ein noch interessanteres oder ein realistischeres Ergebnis bekommen. Weil ich fand es schon ein bisschen stark gesättigt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Schärfen würde ich sagen, machen wir auch. Dann nehmen wir hier mal die Standardwerte eigentlich. 60 ist ja so mein Standardwert beim Schärfen. Und maskieren wollen wir auch ein bisschen. Ich würde sagen, sowas hier. Weil dann sind diese glatten Flächen hier oben nicht so stark betroffen. Man sieht es schon ein ganz klein bisschen. Krisseln ist im Himmel zu sehen. Und Rauschunterdrückung. Da können wir vielleicht ein bisschen Luminanzrauschen rausnehmen. Sowas hier vielleicht. Und das finde ich, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Bei der Optik, Farbsäume kommen wir, klicken sie an. Kann ja nicht verkehrt sein. Und dann können wir auch das Entwickeln Tool schon zumachen. Was wir noch machen können, wir können jetzt weitergehen, verstärken. AI würde ich an dieser Stelle vielleicht ausprobieren mit dem Himmel. Ob da was passiert. Ah, und ich sehe gerade etwas. Guck mal hier. Hier sind so rote Säume drin. Wann haben wir die roten Säume bekommen? Mal schauen. Habe ich die jetzt bekommen, als ich verstärken AI? Warum ist im verstärken AI jetzt nichts drin? Machen wir den mal wieder zu. Ah ja, wenn ich verstärken AI weg mache. Ne, ist immer noch da. Gehen wir nochmal ins Werkzeug. Dann sind sie weg. Okay. Das scheint irgendwie ein Anzeigefehler zu sein. Wenn ich in die Änderungen weggehe. Ja, okay. Das ist dann nicht weiter schlimm. Dann können wir mal gucken, ob wir im Himmel noch etwas anpassen wollen. Jetzt sieht man wieder, ist dieser rote Streifen hier wieder da. Jetzt ist er weg. Also es scheint tatsächlich ein Anzeigefehler zu sein. Akzent AI. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Himmel AI können wir hier vielleicht minimalst hochsetzen. So was hier. Dann können wir vielleicht auch noch so ein bisschen in der Struktur arbeiten. Auch hier. Also stört euch jetzt bitte nicht an diesem Anzeigefehler. Ja, irgendwie ist der, sobald das Bild dann wieder nachgeladen ist, wieder weg. Mikrostrukturen können wir hier vielleicht auch ein bisschen anpassen. Farbe. Bei der Farbe könnten wir vielleicht mal in die HSL-Einstellung gehen. Und könnten die Sättigung von Blau ein bisschen rausnehmen. Ich finde, dass die Berge mir ein bisschen zu bläulich hier hervorstechen. Ah ja, so was finde ich hier. Oh ja, okay. Nehmen wir hier so einen Wert um die minus 20. Da ist noch ein bisschen Blau mit drin. Aber das Ganze wirkt jetzt eher etwas gräulicher. Vielleicht noch ein Ticken mehr. So was. Auch der Himmel bekommt jetzt eine gräuliche Farbe. Aber das bringt nur eins. Das Grün von den Bäumen wird jetzt etwas kräftiger. Und da könnten wir jetzt auch nochmal vielleicht in der Luminanz gucken, ob wir das Grün etwas dunkler machen wollen oder vielleicht noch etwas heller. Ja, ich finde vorher. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das scharf dargestellt ist. Und ja, ich muss sagen, also Grün können wir an sich auch so lassen. Das gefällt mir soweit ganz gut. Und dann brauchen wir hier in der Farbe erstmal nichts weiter machen. Was haben wir noch für Filter? Bei den Details können wir vielleicht noch ein bisschen was tun. Hier. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Mittlere Details mal etwas stärker angepasst. Da kriegen wir hier diese ganzen Rinden am Baum nochmal so ein bisschen etwas detailreicher. Und bei den großen, da bleibe ich lieber etwas in den Bereichen, die wir normalerweise hier so einstellen. Schärfen brauche ich nicht. Das habe ich eben im Entwickeln-Tool gemacht. Deshalb können wir höchstens Detailmaskierung hier, den Wert von 50, noch ein bisschen nach oben ziehen. Und dann könnten wir vielleicht über Landschaft, über Dunst entfernen nochmal schauen, was passiert. Okay, das gibt natürlich dem Ganzen nochmal auch eine Sättigung mit. Gucken wir mal. Ja, das könnten wir vielleicht einen Ticken runterstellen und dann können wir das so lassen. Goldene Stunde brauche ich hier nicht. Grün verbessern. Ihr seht, was passiert. Können es uns mal anschauen. Wir haben eben über die Farbe versucht, Grün noch ein bisschen anzupassen. Und ja, man kann es jetzt natürlich, das Grün noch saftiger wirken lassen. Das wirkt aber fast schon wieder ein bisschen unrealistisch. Also würde ich sagen, wenn überhaupt, gehen wir einen Ticken wieder zurück. Ah, wobei ich würde die Laubfarbe vielleicht sogar einen Ticken hochziehen. Und dafür die Grünverbesserung selber einen Ticken nach unten. Sowas hier finde ich eigentlich ganz cool. Vorher, nachher. Und ja, da würde ich das Tool tatsächlich so stehen lassen. Ansonsten würde ich an diesem Bild jetzt so gar nichts weiter machen wollen. Gucken wir uns jetzt nochmal das Vorher, Nachher an. So sind wir jetzt aus dem HDR-Merge-Tool rausgekommen. Das ist schon eine richtig coole Verbesserung, wenn man sich das vorher mal anschaut. Und das haben wir jetzt daraus gemacht. Also ich muss sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Und so können wir das Ganze stehen lassen. Dann können wir unten nochmal ein weiteres Bild raussuchen. Ich habe noch ein Bild. Also wir sehen jetzt hier nochmal das Vorher, das allgemeine Vorher. Also gar nicht mehr zu vergleichen. Also so ein trübes Bild. Und da ist ja eine ganze Menge passiert. Das muss man einfach mal sagen. Also holla die Waldfee. Ja, ich würde sagen, nehmen wir dieses Bild hier nochmal. Gucken uns mal an, was das Tool hiermit macht. Wir sehen hier so ein ganz kleines bisschen sind Informationen da. Einige Wolken. Aber das Ganze wirkt jetzt hier mit so einem ganz, ganz blassen Blau. Also ganz, ganz helles Blau. Und hier ist so ein leichter rosa Schimmer drin. Gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich dieses Tool, wenn ich dieses Bild ins Tool lade. Und auch hier sehen wir wieder plus eine Blendenstufe. Hier können wir nichts einstellen. Sagen wir zusammenfügen. Auch hier dauert es jetzt einen kleinen Moment, bis das Bild berechnet worden ist. Bis die KI hier im Hintergrund ihre Arbeit gemacht hat. Und dann wechselt er gleich in den Ordner HDR-Merge. Da ist das schon passiert. Und okay. Ja. Wir gucken uns das Ganze im Bearbeiten-Bereich an. Und boah. Heftig, was der aus dem Himmel noch rausgeholt hat. Allerdings muss ich sagen, der untere Teil ist mir deutlich zu hell. Da müssten wir natürlich dann nochmal nachbessern. Aber der Himmel, der sieht schon, boah, heftig. Also auch hier nochmal ganz kurz ins Tool gewechselt, um zu gucken. Das ist das Vorher-Bild. Und das ist das Nachher-Bild. Ja, jetzt ist es noch nicht scharf. Aber das ist, boah, heftig. Das ist krass, was dieses Tool hier noch rausholt. Muss man einfach so sagen. Ja, und dann können wir ins Bearbeiten wechseln. Und warten den Moment. Jetzt können wir weiterarbeiten. Gehen ins Entwickeln-Tool. Hier würde ich sagen, können wir die Lichter runterziehen. Oh, krass. Schatten. Ja, das würde ich auch ein bisschen runternehmen. Kontrast brauchen wir hier nicht. Da ist genügend drin. Belichtung selber. Ja, ich würde sagen, so was hier sieht nicht schlecht aus. Schwarz-Weiß-Töne. Weiß. Ich achte aktuell wirklich nur auf den Vordergrund. Denn ich werde den Hintergrund gleich wieder von den Anpassungen entfernen. Indem ich hier einfach einen Verlauf reinziehe. Aber ich möchte eben den Vordergrund ein bisschen runterbekommen, dass das nicht so aufgehellt wirkt. Und ja, vielleicht auch ein ganz klein bisschen Dynamik wieder rausnehmen. So was hier vielleicht. Schärfen. Ja, würde ich sagen, nehmen wir hier wieder Standardwerte. Maskieren machen wir auch deutlich hoch. Wir haben sehr viel Himmel. Da muss keine Schärfe rein. Ein bisschen Rauschen rausnehmen. Farbsäume aktivieren. Und dann können wir das Tool einmal in die Maskierung wechseln. Nehmen den linearen Verlauf. Ziehen das einfach hier rüber. Und wenn wir jetzt die Shift-Taste drücken. Mag er das jetzt nicht? Er mag es jetzt nicht. Normalerweise können wir mit der Shift-Taste hier einhergehen. Und können diesen Verlauf gerade nach oben ziehen. Ich mache nochmal weg. Gucke jetzt nochmal. Ah ja, okay. Es funktioniert. Ich hätte erst die Shift-Taste drücken sollen. Und dann hier mit dem Mausrad oder mit der Maus greifen. Und das Ganze hier anpassen. Dann können wir hier sehr, sehr gut mit arbeiten. So würde ich das Ganze jetzt hier einmal hochziehen wollen. So etwas. Und dann gucken wir nochmal hier in den Anpassungen. Vorher, nachher. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich mache das zu. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal nur für den Himmel. Wir ziehen die Lichter ein bisschen runter. Ah, nicht übertreiben. Schatten, da tut sich nichts. Belichtung. Das brauchen wir nicht. Färbung. Ah, wollen wir ein bisschen Färbung reinbringen. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn wir jetzt ein bisschen noch ins Wärmere ziehen, kriegen wir hier so eine schöne, leichte, rötliche, magentafarbene Sonnenaufgangsstimmung. Sättigung würde ich jetzt hier nicht nutzen wollen. Aber die Dynamik im Himmel, die können wir natürlich mal schauen, was da passiert. Und die vielleicht einen Ticken hochziehen. Da müssen wir vorsichtig mit umgehen. Schärfen brauchen wir nicht. Ich würde sagen, hier können wir das Rauschen, die Rauschunterdrückung ein bisschen höher ziehen. Und dann auch hier wieder über eine Maske, über den linearen Verlauf, Shift-Taste drücken. Und ja, es funktioniert schon wieder nicht. Ich mache dir immer wieder den Fehler. Jetzt habe ich sie aktiviert. Jetzt liegt sie hier. Und jetzt kann ich mit der Shift-Taste hier drauf gehen und kann sagen, ich kann sie hier anfassen und kann sie wirklich dann nach unten durchziehen, ohne dass ich jetzt von den Schwenkbewegungen hier betroffen bin. Wenn ich das Ganze jetzt im Nachhinein noch ein bisschen drehen möchte, kann ich das natürlich machen. Dafür muss ich dann eben nur auf die mittlere Linie gehen und das Ganze dann entsprechend anpassen. Ich würde auch hergehen und würde das ein bisschen noch nach oben ziehen wollen. Sowas hier finde ich eigentlich ganz okay. Nehmen wir es noch einen Ticken nach oben. Und machen den Verlauf etwas größer. So, dann gucken wir das Ganze uns in den Anpassungen an. Und das muss ich sagen, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Vorher, nachher gefällt mir soweit ganz gut. Ja, verstärken. Wollen wir im Himmel was verstärken? Oder in der Allgemeinheit? Ich denke, brauchen wir an sich nicht. Dann können wir in der Struktur noch ein bisschen was machen. Auch hier vielleicht nicht ganz so hoch. Im Himmel ist es eigentlich nicht vonnöten. Es gibt den Wolken ein ganz klein bisschen was. Aber da muss man halt auch immer ein bisschen gucken, dass wir jetzt nicht zu starkes Rauschen hier reinbekommen. Lassen wir mal so. Farbe würde ich jetzt nicht anpassen. Details brauchen wir jetzt hier auch nur minimalst ein bisschen was hochstellen. Das reicht schon. Jetzt können wir über die goldene Stunde ein bisschen was machen. Und Dunst entfernen. Gibt dem Ganzen jetzt nochmal diesen schönen magenta-orangefarbenen Touch. Und Grün verbessern werden wir jetzt auch aktivieren. Aber diesmal gehen wir nicht in Richtung Grün, sondern das Ganze eher so ein bisschen in Richtung Gelb. Finde ich, sieht etwas besser aus. Und dann gehen wir doch nochmal in die Farben und packen die Luminanz von Grün an. Ziehen das Ganze einfach. Na, das war zu viel. Grün soll schon noch nach Grün aussehen. Ziehen das Ganze so einen Ticken runter. Und jetzt wirkt das hier unten doch deutlich realistischer. Ja, das wäre das zweite Bild. Auch hier gucken wir uns jetzt nochmal das vorher an. So sind wir aus HDR-Merge rausgekommen. Meiner Meinung nach im Vordergrund deutlich zu hell. Und das haben wir jetzt daraus gemacht. Eine fantastische Sonnenaufgangsstimmung. Hier hinten zieht der Nebel durchs Bild. Wirklich sehr, sehr schön geworden. Ja, auch hier könnten wir jetzt nochmal in das vorher gehen. Das ist das vorher Bild. Auch wieder im Himmel deutlich überbelichtet. Es ist ein sehr, sehr flaches Bild. Und ich muss sagen, von flau zu wow. Ich finde, das sieht schon verdammt geil aus. Luminar-Merge macht einen richtig coolen Job. Muss ich einfach sagen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt oder hätten jetzt hier noch ein drittes Bild. Das werden wir jetzt einfach mal überspringen. Denn ich habe noch eine Bilderreihe hier unten drunter. Und zwar mit insgesamt neun Bildern. Ihr seht, das ist jetzt eine Nachtaufnahme. Wir haben jetzt hier ein korrekt belichtetes Bild. Wir haben ein Bild mit 0,5 Blendenstufen unterbelichtet. Dann haben wir eins mit 0,5 Blendenstufen überbelichtet. Dasselbe geht jetzt hoch bis zur 2. Minus 1. Plus 1. Minus 1,5. Plus 1,5. Minus 2. Und plus 2. Diese Bilder können wir jetzt auch alle auswählen. Wir klicken auf das erste und drücken dann die Shift-Taste. Und gehen dann zum letzten Bild. Dann sind alle Bilder aktiviert. Und dann können wir sie auch hier nach HDR Merge reinladen. Hier sehen wir das Ganze jetzt auch nochmal. Was ich eben schon vorgelesen habe. Die verschiedenen Belichtungen. Und auch hier geht das Ganze eben bis minus 2 und bis plus 2. Jetzt können wir hier das Zahnrad aktivieren. Ich würde sagen, automatische Ausrichtung werden wir jetzt hier aktivieren. Und auch die Geisterbilder reduzieren. Dafür wählen wir jetzt allerdings mal die Belichtung mit einer Blendenstufe überbelichtet. Sagen hier einfach mal Mittel ist okay. Das hat jetzt, wir hätten auch bei 0 stehen bleiben können. Das ist jetzt einfach nur, dass er hier ein Bild nimmt, was etwas heller ist. Wir hätten auch die 0 stehen lassen können. Von daher, das spielt jetzt nicht ganz so eine große Rolle. Es ist nur das Referenzbild. Und dann sagen wir jetzt auch hier wieder zusammenfügen. Und dann warten wir. Denn das wird jetzt definitiv eine ganze Ecke länger dauern, bis er diese neuen Bilder jetzt verrechnet hat. Immerhin hat hier jedes Bild 41 MB. Da ist sehr, sehr viel, was HDR-Merge jetzt hier berechnen muss. So, das hat jetzt eine ganze Zeit gedauert. Und wir sehen jetzt hier natürlich auch unser Bild. Wir klicken mal doppelt drauf. Und wir sehen hier, dass wir im Himmel relativ starkes Rauschen drin haben. Das ist eben, wenn wir so viele Bilder zusammensetzen. Und dann haben wir Nachtaufnahmen. Dann kann es schon mal passieren, dass wir das gesamte Rauschen hier quasi mit übernehmen. Das, was ihr hier seht, das ist der Comet New Vice. Dann wisst ihr auch, dass dieses Bild aus dem Jahr 2020 ist. Und auch hier gehen wir mal ins Bearbeiten und gucken mal, ob wir jetzt hier noch etwas machen können, um das Ganze rauszunehmen. Ich werde mal was ausprobieren. Ich werde mal die Ebene, das Bild einfach duplizieren als neue Ebene. Und dann möchte ich mal über die Mischmethode was ausprobieren. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Auf jeden Fall sieht das Rauschen jetzt nicht mehr ganz so schlimm aus. Da können wir jetzt eigentlich mit weiterarbeiten. Ich finde das von der Farbgebung her jetzt schon ziemlich cool. Was ich jetzt gerne machen möchte, ich möchte Luminanzrauschen rausnehmen. Und ich möchte ein bisschen Farbrauschen. Wobei Farbrauschen, naja, da wisst ihr ja, das macht Luminar Neo wie alle anderen Bildbearbeitungsprogramme ja schon beim Reinladen. Aber ich muss sagen, das können wir tatsächlich jetzt, ohne dass wir hier großartig etwas noch machen müssen, einfach so stehen lassen. Ja, also ihr habt gesehen, einfach bei solchen Bildern auch mal ein bisschen mit den Ebenen spielen. Einfach die Ebene duplizieren und dann die Mischmethode anwenden. Da wird es in naher Zukunft ein separates Video zu geben. Habe ich mir überlegt, dass ich euch das auch nochmal zeige, dass man da sehr, sehr schöne Ergebnisse mit erzielen kann. Wie ihr jetzt hier gerade ja auch seht. Auch hier gucken wir uns das vorher an. Ja, man sieht das Rauschen ziemlich deutlich. Und so gibt das doch einen wunderschönen Nachthimmel. Und ich muss sagen, ja, auch das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Der Vollständigkeit habe, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, auch nochmal eine, in Anführungszeichen, normale Belichtungsreihe hier mit einzufügen. Und zwar haben wir hier ein korrekt belichtetes Bild, ein Bild mit einer Blende Unterbelichtung und hier ein Bild mit einer Blende Überbelichtung. Auch die werde ich mir jetzt mal hier reinladen. Ihr seht, ausgewählt rein ins HDR-Tool und dann können wir auch hier in die erweiterten Einstellungen gehen. Automatische Ausrichtung, Geisterbilder. Hier lassen wir das alles bei den Standardwerten und dann fügen wir das Ganze zusammen. Ich bin mal gespannt. Das habe ich jetzt nicht im Vorfeld ausprobiert. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ebenfalls, wie ich übrigens das eben mit der Ebene duplizieren nicht ausprobiert habe im Vorfeld. Das ist mir gerade in den Sinn gekommen, weil ich eben mit diesem Ebenen und dann Mischmodi in letzter Zeit relativ viel gearbeitet habe. Einfach mal, um ein bisschen auszuprobieren, was man in Lumina alles noch so machen kann. Wie gesagt, zu den Mischmodi gibt es dann nochmal ein separates Video. Und jetzt gucken wir mal hier, wie dieses Bild dann aussieht, wenn wir es jetzt gleich in HDR-Merge fertig berechnet haben. Ja, da ist das Ganze. Gucken wir uns das einmal an. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Ich muss nur kurz warten, bis es scharf ist. Und das ist jetzt der Fall. Und hier muss ich sagen, das Bild sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Sehr realistisch. Wir haben nicht so übertriebene Farben wie bei den Bildern zuvor, wo wir nochmal nachsteuern mussten. Hier würde ich tatsächlich sagen, kann man das Bild fast schon so stehen lassen. Was wir in diesem Bild allerdings sehen. Wir haben hier eine extreme Wölbung. Wir sehen auch, das ist mit einer Brennweite von 9,4 Millimetern gemacht worden. Das Ganze war die X 100 Mark 5, also eine kleine Pocket-Kamera, die das Bild gemacht hat bei einer Blende von f2.5. Und ich muss sagen, das Bild ist trotzdem dafür immer noch verdammt scharf. Okay, dann müssen wir eins machen. Dann gehen wir mal ins Bearbeiten-Tool. Wir könnten natürlich auch über die Presets arbeiten. Machen wir das einfach mal. Nehmen an dieser Stelle meine Grundeinstellungen. Und dann sieht das Bild schon gleich ganz anders aus. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen Farbe ins Wasser bekommen. Wechseln jetzt in den Bearbeiten-Bereich. Und können dann hier oben über die Änderungen das Ganze dann nochmal anpassen. Ich gehe mal in die Optik, denn hier habe ich die Möglichkeit, diese Objektivverzeichnung ein wenig zu korrigieren. Und wenn ich jetzt den Einstellregler von Objektivverzeichnung nach rechts bewege, dann sollte ich diesen Tonnen-Effekt rausbekommen. Zumindest weitestgehend. Ihr seht, minimal ist er jetzt noch vorhanden. Es kann aber auch eine optische Täuschung sein. Das Ganze können wir beurteilen, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Zuschneiden-Tool gehen. Und jetzt hier einfach mal die linke Maustaste klicken. Und jetzt sieht man hier halt dann doch so ein bisschen, dass wir hier eine ganz, ganz leichte Bogenform noch haben. Wenn wir uns den Horizont einfach mal angucken und da drunter die Linie als Anhaltspunkt sehen, dass das jetzt gerade wäre. Dann sieht man, dass wir in der Mitte dann halt vielleicht so zwei Millimeter den Horizont nach oben verschoben haben. Und ganz rechts ist es sogar so, dass wir dann etwas über dem Horizont sind. Aber okay, das ist jetzt nicht so tragisch. Das kann man so stehen lassen. Das mache ich erstmal zu. Das sind so kleine Hilfsmittel, die man sich in Luminar über die Zeit angeeignet hat, um einfach auch so ein bisschen zu gucken, wie man hier arbeiten kann. Ich würde sagen, dann kann man hergehen und kann leichte Anpassungen durchführen. So viel ist hier eigentlich gar nicht zu machen. Belichtung, finde ich, passt soweit. Die Schatten könnten wir vielleicht einen Ticken aufhellen. Die Lichter, ja, ich würde sie nicht zu weit herabsetzen. Dann Schwarz-Weiß-Töne. Auch hier könnten wir mal gucken. Ich würde es weiß nicht nach oben ziehen wollen. Ja, vielleicht einen Ticken runter. Auch hier alles nicht zu übertreiben, weil das Bild von Grund auf durch die Bearbeitung in HDR-Merch schon sehr, sehr gut aussieht. Die Schwarztöne würde ich weder abdunkeln noch aufhellen. Aufhellen sieht, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Dadurch habe ich das Gefühl, verliere ich ein bisschen Kontrast. Das möchte ich nicht. Die Kurve ist angepasst durch meine Grundanpassung. Farben, hier haben wir Dynamik etwas im Plus. Ja, hier könnte man sich überlegen, ob man sagt, okay, man nimmt die Dynamik wieder ein bisschen raus. Können wir aber auch gleich nochmal über eine andere Möglichkeit etwas wieder reduzieren. Von daher, Schärfen ist angepasst. Rauschunterdrückung, da können wir das Luminanzrauschen mal etwas hochziehen und Farbrauschen, ja, werden wir hier nicht drin haben. Optik habe ich eben angepasst und dann können wir das Entwickeln-Tool zumachen und in die Werkzeuge wechseln. Was wir jetzt noch ein bisschen machen können, wir können noch den einen oder anderen Einstellregler hier dazu nehmen. Wir können mal gucken, was Verstärken AI mit Himmel verstärken macht. Und, ja, ich würde sagen, den können wir hier etwas anpassen. Allerdings ist er mir etwas zu blau. Das werden wir gleich noch raussteuern. Akzent AI lassen wir mal hier weg. Radieren wollen wir auch nichts. Wobei wir könnten hier unten dieses Nationalpark-Zeichen mal rausnehmen. Das gefällt mir nämlich nicht. Dann können wir über die Shift-Taste auch hier die Pinselgröße anpassen oder die Radiergröße. Und dann klicken wir einfach mal drauf und sagen, radiere mir das mal weg. Zeig mal, dass du etwas Gescheites kannst. Gucken wir mal. Immerhin fast 300% Vergrößerung. Mal gucken, was er macht. Ich hoffe, dass es gut aussieht. Und ich muss sagen, das fällt in dieser Form definitiv nicht auf. Radieren wieder zu. Dann können wir in die Struktur gehen. Struktur ein bisschen hochziehen. Mikrostrukturen leicht anpassen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, über die Farbe den Himmel noch so ein bisschen anzupassen. Das möchte ich auch machen. Ich gehe in die HSL-Einstellungen und sage einmal Sättigung und dann nehme ich blau etwas raus. Jetzt habe ich natürlich eins. Dadurch verliere ich natürlich im gesamten Bild aktuell die Farbe. Das möchte ich natürlich nicht. Also auch hier wieder der lineare Verlauf. Den können wir uns jetzt hier reinziehen. Und ich kriege es nicht hin, ohne die Shift-Taste eine gerade Linie nach unten zu ziehen. Okay. Dann lassen wir das Ganze mal so. Und jetzt können wir dem Ganzen entgegensteuern. machen den Verlauf etwas härter. Gucken uns das Ganze mal an. Und ich muss sagen, vorher, nachher. Das sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus. Zu viel blau brauchen wir da jetzt nicht. Und wir können das Ganze natürlich jetzt auch noch nachsteuern und entsprechend anpassen. Ich würde sagen, so ein Wert sieht ganz gut aus. Vorher, nachher. Und wir haben immer noch ein bisschen blau drin, ohne dass das jetzt im Himmel übertrieben aussieht. Andere Farben würde ich jetzt an dieser Stelle nicht anpassen. Das Braun, das Orange und das Grün und das Blau, muss ich sagen, gefällt mir hier soweit ganz gut. Können wir drin lassen. Machen die Farbe zu. Dann die Details. Auch hier werden wir jetzt so ein bisschen die Details anpassen. Kleine und große Details. Etwas dezenter. Und bei den mittleren, da können wir ruhig mal einen etwas höheren Wert einstellen. Ich finde, das sieht immer noch ziemlich gut aus. Schärfen habe ich schon im Entwickeln-Tool eben gemacht. Brauchen wir nicht. Was ich aber machen möchte, ich möchte so ein bisschen, ich sehe gerade, Details maskieren wollte ich. Das ziehen wir etwas hoch, weil ich in den glatten Flächen eben nicht so viel Details brauche. Machen wir das Ganze zu. Bildrauschen entfernen. Da können wir hier nochmal die Luminanz anpassen. Farbrauschen brauchen wir nicht. Und dann im Landschaftsfilter. Wenn ich jetzt Dunst hier etwas hochziehe, dann bekommen wir auch nochmal die Farbe im Meer etwas kräftiger. Das wirkt jetzt nochmal eine ganze Ecke blauer, zyranfarbener. Und auch hier bekommen wir im Himmel natürlich nochmal ein ganz klein bisschen was dazu. Aber eben nicht so blau, wie das eben vor der Farbanpassung gewesen ist. Ja, das wäre alles, was ich jetzt mit diesem Bild machen würde. Also ihr seht, ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da hin. Und dann wollte ich, ja, jetzt müssen wir kurz warten. Und dann muss ich auch, glaube ich, gleich ins Bett. Zwei Uhr morgens. Es wird Zeit, denke ich. So, gucken wir uns das vorher, nachher an. Das ist das Ausgangsmaterial. So ist es aus HDR-Merch gekommen. Es sieht schon ziemlich gut aus. Viel, viel besser als die bunten Bilder aus Afrika von davor. Und das hat er jetzt daraus gemacht. Also ich muss sagen, also das haben wir daraus gemacht. Ich muss sagen, das sieht wirklich richtig schön aus. Das können wir so stehen lassen. Und ja, wenn du noch mehr von diesen interessanten Tutorials rund um Luminar Neo sehen möchtest, dann kann ich dir meine Playlist Luminar Neo empfehlen. Die findest du in der Videobeschreibung, in der Infobox und auch in der Endcard. Da sind mittlerweile eine riesige Anzahl von Tutorials zum Thema Luminar Neo drin. Und da ist mit Sicherheit auch das ein oder andere für dich mit dabei. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst bei meinen anderen Videos mal vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich dich dann im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut, euer Björn. Ciao. Ciao. Ciao.